Mehr FPS und weniger Input-Delay mit diesen drei Tricks. Seit der neuen Season haben einige Spieler Probleme mit ihren FPS, weil sie immer droppen. Und mit diesen drei Tricks könnt ihr das Ganze beheben. Als erstes und wichtigstes, stellt euer Game auf Vollbild. Bei Vollbild im Fansor oder in einem anderen Modus kann es sein, dass ihr weniger FPS bekommt. Der zweite Trick ist, spielt nicht auf unbegrenzten FPS, sondern limitiert es auf das, was ihr braucht. Dann wird eure Grafikkarte nicht zu viel überarbeitet. Führt euer Fortnite-Spiel auf Windows als Administrator aus, dann läuft es auch noch besser. Schreibt gerne in die Kommentare, ob euch die drei Tricks geholfen haben.